Hallo liebe Wanderfreunde, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin heute wieder alleine unterwegs und zwar gehe ich den Premium Wanderweg Steinbachpfad. Diese Wanderung hat etwa sieben Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann kommt mit Zeit. Ein Gemäuer. Ich hasse Stufen. Ein Gemäuer. 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 Nächste Woche ist Sarah wieder dabei. Genau richtig für die Adventszeit. Also bis dann. Ein Gemäuer. Ein Gemäuer.